Das ist die Superhasenklage. Sie heißt deshalb Superhasenklage, weil der Ton noch weiter rausgeht, da kein Mauspfeifen das Schalloch verstopft. Das hört sich so an. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.